Fassen Sie an die Zeit und halten Sie an! Wenn Sie dich erwischen, werden Sie dich in ein Labor schwärmen. Was hast du vor? Sie wiederholen, halten Sie den Wagen ab! Ehe! Du beherrschst das nicht so gut, wie du glaubst! Wir haben sie. Ich habe dich jahrelang gesucht. Und was wollen Sie? Die Formel in deinem Blut. Welche Formel? Dies ermöglicht, deine Kräfte ein- oder auszuschalten. Du hast zum Treffen vorlesen. Das ist die wirkliche Macht. Andere das glauben lassen, was du sie glauben lassen möchtest. Und unsichtbar zu bleiben. Wir müssen hier raus. Kannst du kämpfen? Du hast zwei Möglichkeiten. Ian! Wir haben keine Zeit! Diesen Weg weitergehen, von dem ich dir garantiere, dass er dir nur Schmerzen bringt. Oder mit mir kommen. Papa, verzeih mir. Wer ist das? Ein Perzeptor. Er kann Projektionen erschaffen wie du. Und auch noch einiges mehr. Er ist der Mächtigste, den wir je gegenüberstanden. Ian, was dich anders macht, macht dich auch stark. Hält dich keiner auf. Du bist in meinen Kopf eingetragen! Ich will wissen, wer ich bin. Wir sind ein Produkt, Ian. Es gibt noch mehr wie dich. Ein Mächtig ist ein Myth. Dank dieser Formel... ...hör nicht auf sie. ...haben wir gewisse außersinnliche Fähigkeiten entwickelt. Ich glaube dir nicht dein einziges Wort. Musikäle. Mächtig ist ein Myth.